so und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge survival so fit ist ja ich habe mir heute mal einen anderen charakter gemacht mal sehen ob das so besser läuft und wo ist eigentlich bronte hügel doof da ist nicht so viel wald also ja weil hängen viele tiere rum ja mal schauen machen wir uns mal ab ich habe mir jetzt unten die quickslot leistet ich habe mal daran gedacht ja bogen und ja die anderen so ein paar sachen da schon reingehauen bogenspitz hacke so kommen los geht's weiter wo ist hier ein stein da sind steine gucken wir mal ob hier wird jetzt leckt okay jetzt machen wir erstmal das jetzt noch dass wir haben wir das mal raus den auch raus ich brauche jetzt nur noch die sachen so was bräuchte dafür fiber sind die keine die los oder so die mama irgendwie eliminieren kann anscheinend nicht ist mir fehlt immer noch fiber oder was finden jetzt da stemmen schon die ersten soll jetzt erstmal schauen dass von oben keiner kommt aber das auch hier dass ich irgendwie mal halt finde ach so moment auch wenn ich jetzt gerade hier ein bisschen blöd stehe ich brauche mal ein bisschen fiber ich kann mir ja trotzdem schon ein bisschen rüstung machen so okay hauen wir mal das so rein oh da vorne wird schon irgendwer attackiert da oben jo geh mal her das so und dein fleisch gibt's mir auch mal egal weiter äh die fliege ist hinter mir her hilfe so der hat den stego attackiert naja keine gute idee so das hätten wir dann schon mal oh man diese fliegen können einem ganz schön auf die nerven gehen jetzt gucken dass hier keiner ist warum kommen die jetzt alle ich hab doch gar nichts mit euch zu tun so okay nein 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 ja genau richtige richtung so komm her gib mir deinen halt das hier wäre nie das hier wäre nie umgucken äh hier entlang da so das müsste erstmal recht sicher sein jetzt fahren wir das mal kurz raus machen wir davon einen mhm davon schon mal was das auch so okay jetzt hätten wir schon mal die grundlegenden Sachen alle und jetzt mal gucken mhm warte wo ist der Fallschirm da habt ihr mir ja nicht ohne Grund gemacht so das müsste hinhauen um ist vielleicht jetzt ein bisschen auffällig ich weiß aber dann bin ich da drüben wo ich eigentlich hin möchte denn dort denke ich mal hab ich erstmal wieder ein bisschen entspannt äh Sachen ich sehe hier aber leider als ob hier kein Fleischfresser ist noch nicht mal ein Raptor oder so ich sehe hier ja gar nichts oh hallo Stego mhm okay da 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 ich hätte mir eben das Chitin mal mitnehmen sollen wäre glaube ich ein bisschen klüger gewesen aber naja hinterher hinterher ist man immer schlauer okay gucken wir mal ob hier da ist ein Kano äh hier ist ein Dilo ne mit dir will ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben da sind noch mehr Dilos äh hier ist ein Parasaurus da ist ein Rex und hier ist Metall dann würde ich mal sagen so gehe ich mal hier hin ähm wo haben wir es denn da wurden von welchen Fiber oh das haben wir natürlich hier oben nicht verdammt hätte ich vorher mal nachschauen sollen hätte etwas mehr Sinn gemacht da ist der Rex der kämpft mhm dann jetzt hier runter komm ich muss auch gleich ein Lagerfeuer mal machen unbedingt so mhm Supply Overlord okay so oh 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 jetzt habe ich aber wirklich was vergessen unten am Wasser und zwar das Wasser ah shit gehen wir nochmal runter lieber jetzt als gleich ey hier sind Fliegen das ist schon mal gut da können wir uns gleich das Chitin holen mal gucken wir dürfte sicher sein so und wieder weg oh wie komme ich jetzt da hoch komm 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 ja gute Sache oh ja da kommt ein roter yo da kommt ein roter Beacon runter mhm das finde ich doch jetzt mal gut ich baue mich mal hier hin nicht so offensichtlich da oben hin sondern hier ein bisschen verdeckt von dem ganzen Spaß okay jetzt hole ich mir erstmal den Rex nee erstmal ein Lagerfeuer Moment erst einmal ein Lagerfeuer ah komm so das setzen wir komm hier hin eins zwei wo trein ey noch einen bitte so dann gucken wir jetzt mal nach dem Rex nein ähm okay für mich war der daneben aber naja egal wo ist der Rex wo ist der Rex oh moin okay jetzt haben wir erstmal Chitin okay wo ist der Rex hä wo ist denn der hinge da ist er so jetzt komm mal bitte mit ach der kämpft jetzt gegen Stegos ganz schlecht ahn oh 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 okay so naja so der Beacon ist unten ich muss halt jetzt mal schauen was brauche ich denn für eine Forge Forge ähm Wood und Stone okay ich dachte wir könnten uns jetzt den Rex erstmal holen erstmal das wird glaube ich nichts den Beacon lasse ich jetzt mal kurz da ich geh jetzt mal bitte weg ähm ich muss jetzt erstmal hier runter das ist jetzt wieder eine andere Taktik da ist ist wieder ein bisschen ja da weiß ich nicht ganz genau was ich so am besten machen soll merkt man ja gerade auch so okay erstmal hier das ein bisschen da so rein so was haben wir hier jetzt Forge was brauche ich noch Stone ach komm schon komm Forge nice okay Forge müsste jetzt stehen so die steht Lightfire hauen wir das mal rein das so jetzt mhm Fleisch okay jetzt zum Drop da hoch mal gucken äh was der Dilo rennt weg was okay dein Ernst du willst mich jetzt nicht wirklich angreifen mein Freund der greift mich wirklich an naja mhm oh ne Metal nehmen wir uns die Soßen mit oh das Metal Schild auf jeden Fall die Metal Sachen auch Öl Kristall verbesserter Bogen den Rest lassen wir mal hier drin viel mehr kann ich eh nicht tragen wer weiß vielleicht finden wir jetzt gleich noch irgendein Tier was wir tamen können oh äh achso ja doch Metall hab ich ja ein bisschen mitgenommen mehr geht ja eh grad nicht also von daher passt das ja gerade mhm also das Metal Schild rüsten wir mal aus so machen jetzt das die Bullets haben wir ja gut hauen wir das mal hier rein oh man ist das großer Schild naja egal besser zu groß als zu klein so gut jetzt holen wir uns erstmal noch ein bisschen Wood nett hier den Baum abholzen ist glaube ich nicht so gut ok jetzt erstmal noch ein bisschen auf Weight so lagern wir das hier mal ein äh was hatte ich hier eben eine Metal Pick Ach da die habe ich schon ausgerüstet gehabt aha so komm machen wir nochmal ein paar Pfeile so und jetzt müssen wir eine Smithy machen können Smithy wo haben wir Stone und Wood Wood und Stone fehlt noch okay hier habe ich schon ausgerüstet ja komm Smithy so die hätten wir auch jetzt schauen wir mal was ist denn hier der Snappoint komm das rein das das äh was haben wir denn hier Fiber ne habe ich doch alles Moment habe ich doch alles vorhanden oder habe ich alles ne doch nicht Fiber fehlt Fiber fehlt und hide so komm okay nehmen wir mal Wasser wieder mh was ist denn das Fiber da oben so machen wir uns mal ein Crossbow und jetzt hole ich nochmal Metall Metal 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 so jetzt bin ich mal mal schauen ob ich jetzt gleich ein bisschen auf die Jagd gehen kann ich weiß es nicht ich hoffe es mal gucken wir hier nochmal hier war Obsidian oh ja verbesserte Heidrüstung ist klar ah ne brauchen wir nicht brauche ich ja eigentlich nicht da ich ja da ich ja hier die Chitinrüstung machen kann so komm ey so langsam zu sein ist nicht toll ähm kommen wir mal den Bogen weg der ist eh kaputt was immer noch nicht ach du meine Güte nicht nicht das ist nicht das ist das ist das ist Vielen Dank.